Da Freunde, ich bin gerade hier bei mir im Homeoffice, ich werde jetzt dann später noch gleich ins Büro fahren und ich wollte mich jetzt schon mal bedanken für die ganzen Glückwünsche, die ich bekommen habe und das ist für mich sehr krass, weil vor ein paar Jahren habe ich mir immer gesagt, hey, für mich war der Geburtstag noch nie so ein besonderer Tag. Es war jetzt so ein Tag wie jeder andere auch, ich habe an dem Tag immer das gemacht, was ich sonst auch mache und was ich aber immer wollte, ist, dass wenn mir Leute zum Geburtstag gratulieren, dass sie mir irgendwie schreiben, hey Max, du hast mir weitergeholfen, du hast mich inspiriert und so weiter und so fort und allein heute, wir haben jetzt schon fast Mittag rum und ich habe schon unzählige dieser Nachrichten bekommen und das ist genau der Grund, warum ich Social Media mache, warum ich überhaupt Instagram mache, auf Facebook bin, und warum ich hier diese Videos mache und ich wollte mich natürlich erstmal dafür bedanken. Es ist wirklich richtig krass, was jetzt im letzten Jahr passiert ist. Vor einem Jahr war ich noch ungefähr bei der Marketing-Offensive, das ist ein Online-Marketing-Event, wo ich selbst noch nicht wirklich einen Plan hatte, was ich machen möchte und jetzt habe ich meine eigene Agentur, meine eigene GmbH und es steht noch viel, viel mehr an jetzt die nächsten Wochen und auch noch dieses Jahr, deswegen, es ist unglaublich, was man in einem Jahr schaffen kann, wenn man Zeit, Energie und Geld in sich selbst investiert. Und was ich auch gemerkt habe ist, du musst nicht diese großen Entscheidungen treffen, du musst einfach schauen, dass du jeden Tag einen Stein legst, lege jeden Tag einen Stein und dann wirst du irgendwann eine fette Mauer haben. Die meisten Leute wollen irgendwie rausgehen und direkt eine fette Mauer bauen. Nein, du musst jeden Tag einen Stein so gut legen, wie du ihn nur legen kannst und dann wirst du eine feste, fette Mauer in ein paar Monaten, in ein paar Jahren haben. Und diesen Tipp möchte ich dir heute nochmal mit auf den Weg geben. Ansonsten, was ich natürlich jetzt auch nochmal gemacht habe zu meinem Geburtstag ist, ich habe meine ganzen Online-Kurse und alle E-Books und so weiter total reduziert. Also zum Beispiel meine Affiliate-Marketing-Masterclass, die 147 Euro kostet, gibt es heute 50% günstiger mit dem Rabattcode, den ich unten verlinkt habe. Dazu kommen noch die neuen Videos der Affiliate-Marketing-Masterclass 2.0. Das heißt, du lernst da, wie du mit Affiliate-Marketing passiv Geld verdienst. Affiliate-Marketing war ein Tool, was mir unter anderem meine erste Firma finanziert hat und wo ich auch immer noch mit Geld verdiene, also sehr, sehr geil. Und ich bin der Meinung, es gibt momentan keinen besseren Kurs mehr auf dem Markt zum Thema Affiliate-Marketing wie den. Also checkt den aus, der Code gilt auch jetzt nur 24 Stunden maximal. Das andere ist die Instagram-Masterclass, also die Instagram-Komplettlösung, 1-zu-1-Anleitung, wie du deinen eigenen Instagram-Account aufbauen kannst, richtig viel Follower generieren kannst und so weiter. Der Reichweite gibt es heute auch für 49 Euro statt 247 Euro. Und dazu kommt noch mein E-Book, Nischenseiten erstellen, bekommst du es sogar fast geschenkt, kostet irgendwie jetzt heute 5 Euro mit dem Code MAX50. Und ja, ich verlinke nochmal alles hier unten, warum ich das mache. Ich will einfach euch nochmal jetzt die Chance geben, auch in die Gänge zu kommen. Ich mache Social Media, diese ganzen Kurse nicht, um Geld zu verdienen. Das habe ich absolut nicht nötig. Ich verdiene mein Geld mit was anderem, mit meiner Agentur und möchte euch dementsprechend heute jetzt nochmal die Chance geben, auch mit mir das nächste Jahr richtig krass zu wachsen. Und das war immer so ein bisschen das, warum ich auch Social Media mache. Ich will mit euch zusammen wachsen. Ich möchte, dass ihr 1-zu-1 meinen Weg verfolgen könnt und ihr auch mit mir mitwachst letztendlich. Das ist das, was Social Media ausmacht. Und das ist auch das, was mir wirklich Freude bereitet, wenn die Leute meine Kurse machen, dadurch Geld verdienen, ihren Nebenjob kündigen können, ihren Job kündigen können oder ein fettes Instagram aufbauen und so weiter. Einfach glücklich sind, fröhlich sind und die Dinge tun können, was sie tun wollen. Deswegen in diesem Sinne, ich will dich gar nicht mehr lang aufhalten. Checkt die Angebote ab. Nochmal vielen Dank für eure Nachrichten. Vielen Dank für jede einzelne Nachricht der letzten Jahre und auch der letzten Monate. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich lese jede Nachricht, lasse jede Nachricht auf mich wirken und bin einfach mega dankbar. Deswegen vielen Dank für jeden Like, Kommentar und so weiter. Wir sehen uns bald wieder in weiteren Videos. Es steht so viel an, jetzt auch noch Free Content und was ich noch alles raushauen werde. Seid gespannt. Bis dahin, dein Max. Ciao.